Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Volk von Dead Dreams Don't Die. Wir sollen jetzt hier an die Tür gehen, wo uns rumscheppert. Wann? Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Warum würde sich jetzt Wasser? Ah, damit kann ich mir eine Vision geholen. Wieso noch was im Schrank? So, jetzt geh mal zu. Was ist mit der los? Alter! Alter! Ihhh! Sau! Du kannst jetzt nicht rausgehen! Jetzt! Das ist Amanda. Sie hat plötzlich angefangen zu leben hier einen Tag. Sie hat manchmal raus und holen Essen für uns. Das ist etwas für mich. Weil ich wirklich nicht rausgekommen bin. Nur wer sie ist, aber... Meine Erinnerung hat keine Antwort. wie immer andere Kollegen stellen muss. Helf mir, Dicker. Ich bin müde. Alles ok. Das ist Options-Mut. Ich bin tolle. Ich bin zu spüren. Du bist bereit für ein Koffen. Ja, ich bin zu spüren. Hização? Hut mal Ruhe! Forrest Kaysen, ein Detektiv mit dem Barsen-Police-Departement und meinem alten Partner. Er ist immer noch ein Klienter und eine Information. Er bekommt, was ich will. Frauen sind immer in der Probleme. Es ist egal, wie alt sie werden, Probleme. Ich kämpfe mit Diana wieder? Wie du nicht glauben würdest. Frauen, Männer nicht eine Chance. Nicht kommen und sehen mich. In der Wahrheit bedeutet, es geht direkt über hier. Aber dann, leave mich alleine. Es bedeutet, naja, leave mich alleine. Wie habe ich das Gefühl, dass ich das Gefühl habe? Tell mich, David, bitte. Nicht immer auf die Schwierigkeit. Nicht, ob du dich kämpfst. Oh, gib mir einen Moment. Wir sprechen nicht über ein paar Investitionen hier. Ich war ein Fuss, um dich zu fragen. Mann, Diana ist so stolz. Er ist als ein Geistiger Gryziger, ein Detektiv von einem Detektiv. Jetzt ist er eher ein großer Teddy-Ber. Teddy, was ist das? Also, erzähl mir, David, hast du die Nachrichten von dem Flugzeug? AXS Gate Airways, Flight 117. Struck by Unexplained Lightning. No one's talking about anything else right now. We might be looking at the real deal. I've got the good stuff for you this time. Boston. So. 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 Ist das jetzt so eine Ferien-Serie? D4! D D D D D D D D P! D D D D W Das war Zapatero. Sohn als Rabbit. Er ist ein Kurier, der nur kreiert ist. Er hat sich nur kreiert. Er hat sich gewohnt, dass er die Beobachtung nach Boston gebracht hat. Die Beobachtung, die mit der Idee von Kreiert ist. Aber dann hat die Lichter geschehen. Und in der Gefühlung, wir verabschieden. Er hat irgendwie weggekehrt? Nein. Wenn ich sagen, verabschiede, das ist praktisch was ich meine. Das bedeutet, wie etwas aus einem Magik-Aktum. Also, klick mich in. Was macht das hier real? Der Name des Boss, den er zu geben? Wahrscheinlich beginnt mit dem Text D. Diesen Courier vielleicht hatte die Wahrheit, die Identität der D. Also, interessiert noch nicht? Ich frage dich wieder einmal. Ein Passagier, einfach von einem Flugzeug, während der Flugzeuge. Das ist möglich für dich? Achso, vielleicht ein Dritter ist im Spiel, mir doch egal. Was machen wir den Mafila? Was machen wir? Von den Ebenen, die ich konnte, dieses bestimmte Item ist das größte Interessante. Der Verwärter dieser Badge war in der Sensor. Well? Keine Angst. Diesen ist ein Memento. Vielen Dank! Dann wird es dein, das. Sagt, wir werden es zerstört, das die in die chasing werden. Ah, jetzt haben wir das Emblem verfehlt. Vor dessen Schlüssel sich der befindet, der Schlüssel zum Pfeil der Ermordung meiner Frau. Geh ins Badezimmer und tauch in die Vergangenheit ein. Neues in der Speisenliste Kaffee. Ja, ist gut. Mann, nee. Schrank, hallo. Aufzug, 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 Auf... Nee, doch nicht. Ich hab Hunger, nee. Ich hab Durst, nee. Das machen welche daheim, wenn sie keine Hand oder so haben. Sitzen 12 Stunden davor, machen das dann den ganzen Tag so. Ja, was ist da jetzt drin? Mach der Ofen und holt noch nix mal raus. Ah, dumm Kopf. Ne, was ist da drin? Ah, hier. Ich hab Leben geholt. Wo hast du ein großer Griff? Teddy. Tschüss. 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 Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten, Tschüss, bis dann.